Seit fast 50 Jahren steht das Familienunternehmen Jean d'Azel Kosmetik für hochwertige, wirksame Hautpflege und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Die Produkte und Behandlungsmethoden werden heute in mehr als 40 Ländern angeboten. Vor fast 50 Jahren gründete Paul Sajan in Paris Jean d'Azel Parfum und Kosmetik. 1969 wurde der Firmensitz von Paris nach Kiel am Rhein verlegt, am Fuße des Schwarzwalds gelegen, in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Gemeinsam mit seiner Frau Waltraud führte Paul Sajan das junge Unternehmen. Kiel ist bis heute Standort der gesamten Jean d'Azel Gruppe. Trotz Expansion und internationaler Ausrichtung pflegt die Jean d'Azel Gruppe nach wie vor ihren familiären Charakter. Gegliedert ist sie heute in drei eigenständige Unternehmen. Jean d'Azel Kosmetik, zuständig für den Vertrieb der Marke Jean d'Azel, Kerkos Kosmetik als Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft, sowie die Jean d'Azel Wellness und Spa Division, die Trainingsakademie und Betreiberin hauseigener Flagship Day Spas. Jean d'Azel bietet heute eine abwechslungsreiche Systempflege, aktuelle Wellnessprodukte und professionelle Behandlungssysteme für Kosmetikinstitute, Beautyfarmen sowie Spa- und Wellnessbereiche von Hotels. Unser Ziel ist es seit jeher, unseren Kunden unverwechselbare Produkte und Behandlungsmethoden anzubieten, in perfekter Harmonie von Wirkung und Wellness. Jean d'Azel schafft Perspektiven und zeichnet sich aus durch eine Produktphilosophie, mit der sich weltweit Partner identifizieren, durch innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeit, durch strenges Qualitätswesen, durch sorgfältige Rohstoffauswahl, durch hohen Produktionsstandard, durch exklusive Vertriebswege, durch ein intensives und umfangreiches Weiterbildungsangebot und durch besonders partnerschaftliche Kundenbeziehungen. Nach unserer Vorstellung ist äußere Schönheit ohne inneres Wohlbefinden nicht möglich. Sie reduziert sich nicht auf die Pflege der Haut und attraktives Aussehen, sondern beinhaltet die Harmonie von Körper, Geist und Seele, sowie Wohlbefinden in jedem Alter. Unser Ziel ist die perfekte Harmonie zwischen Forschung, Wirkung und Anwendungserlebnis. Die Journaselle Produktpalette steht für Wirkung, Qualität, Verträglichkeit und Vollständigkeit. Sie ist auf jedes Hautbedürfnis abgestimmt, umfasst Beauty-Konzepte für Endverbraucher, sowie Behandlungsmethoden für den professionellen Einsatz. Exklusive Gesichtspflegeprodukte für Damen und Herren, sowie ein umfangreiches Körperpflegesortiment, werden ergänzt durch ein professionelles Make-up-Programm und Parfums. Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir Trends erkennen und schnell sowohl in neue Produkte als auch in individuelle Behandlungsmethoden umsetzen. In den eigenen Labors werden immer neue Wirkstoffe untersucht, für noch wirksamere Produkte und individuelle Problemlösungen. Erkenntnisse aus Medizin, Dermatologie und ästhetisch-plastischer Chirurgie werden mit kosmetischen Wirksystemen kombiniert. Jedes Produkt wird in dermatologischen Tests auf seine Wirksamkeit und Verträglichkeit untersucht, um Partnern und Anwendern höchstmögliche Sicherheit zu bieten. Unsere GMP-konforme Qualitätssicherung prüft bei Wareneingang jeden Rohstoff auf seine spezifizierten Eigenschaften. Ständige In-Prozess- und Endkontrollen in unserem modern ausgestatteten Labor garantieren eine Qualitätssicherung auf höchstem Niveau. Mikrobiologische Prüfungen sind obligatorisch. Wir dokumentieren den gesamten Herstellungsverlauf der Produkte vom Wareneingang der Rohstoffe und Packmittel bis zur Warenauslieferung der fertigen Produkte gemäß der EG-Kosmetik-Richtlinie inklusive vollständiger Deklaration der Inhaltsstoffe, Sicherheitsbewertung und toxikologischen Gutachten. Alle Produkte werden außerdem von unabhängigen Testinstituten geprüft und entsprechend dokumentiert. Die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe sowie deren schonende Verarbeitung sind Basis für ein hohes Maß an Wirkung und Verträglichkeit unserer Produkte. Unsere besonderen Qualitätsansprüche beruhen unter anderem auf innovativen Verbindungen von traditionellen Rohstoffen aus der Pflanzenwelt mit neuesten Anti-Aging-Wirksystemen. Grundsätzlich mit nachweisbarer Wirkung der eingesetzten Aktivstoffe. Wir fertigen kompromisslos nach den GMP-Richtlinien und bieten somit ein hohes Maß an Sicherheit für eine außergewöhnlich hohe Qualität. Unter Reinraumbedingungen, wie sie in vergleichbarer Form nur aus der Pharmaindustrie bekannt sind, werden unsere Produkte in Ansatzgrößen von 100 kg bis 800 kg in hochmodernen Produktionsanlagen hergestellt. Unter den gleichen keimarmen Bedingungen werden die Produkte in Tuben, Flaschen, Tiegeln und Ampullen abgefüllt und konfektioniert. Niemand ist besser geeignet, unsere Produkte den Endverbrauchern näher zu bringen, als die professionelle Kosmetikerin. Gut ausgebildet und hautpflegeorientiert. Nur sie ist in der Lage, das Hautbild zu erkennen, zu beurteilen und die richtigen Produkte zu empfehlen. Die Kombination aus professioneller Beratung und regelmäßiger Heimpflege ist die beste Garantie für die Wirkung unserer Pflegesysteme, in dem wir streben, Schönheit zu erhalten und mit perfekter Pflege zur Vervollkommenden. Die Jean-Razelle Akademie in Kehl bietet beste Voraussetzungen zur Vermittlung von Fachwissen. Im großzügigen Ambiente vermitteln unsere erfahrenen Trainerinnen ihr Wissen rund um Philosophie, Produktpalette, Wirkstoffe und innovative Behandlungsmethoden. Neben der wichtigen fachlichen Information geht es uns auch um die Motivation jedes einzelnen Partners. Denn die Identifikation mit der Marke ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Beratung, die Behandlung und den Verkauf. Durch intensive Trainingsangebote, ergänzt durch regionale Trainingsmaßnahmen in Hotels, Kosmetikschulen oder direkt vor Ort unterstützen wir die Qualifizierung unserer Partner kontinuierlich. In Deutschland ist es zum Beispiel das sechstägige Power-Intensiv-Training, das die Basis für den Erfolg der professionellen Kosmetikerin legt. Das jährlich wechselnde Programm der Fachseminare umfasst zusätzlich produktbezogene Basis- und Aufbauschulungen und Make-up-Seminare, sowie unsere mindestens ebenso wichtigen, fachübergreifenden Marketing-, Verkaufs-, Persönlichkeits- und Motivationstrainings. Je besser unsere Partner qualifiziert sind, desto größer sind die Erfolge in Behandlung und Beratung und umso höher ist die Zufriedenheit der Kunden. Als Schandasell-Kunde werden Sie regelmäßig von unseren qualifizierten Außendienstmitarbeitern betreut. Alles Spezialisten, die ausnahmslos über eine abgeschlossene kosmetische Ausbildung verfügen. Freundlich, engagiert, kompetent und verantwortungsbewusst. Für telefonische Fragen und Wünsche steht unser Verkaufsteam in Kehl jederzeit zur Verfügung. Unsere Teams in Verkauf und Logistik gewährleisten größte Zuverlässigkeit, eine hohe Produktverfügbarkeit und schnellstmöglichen Lieferservice, in der Regel innerhalb von 24 Stunden, in allen Produktbereichen. Das Behandlungsprogramm in Kosmetikinstituten, Beautyfarmen, sowie in den Spa- und Wellnessbereichen der Hotels ist einem starken Wandel unterzogen. Die Erwartungshaltung der Kunden hat sich verändert. Von der reinen Konzentration auf die Lösung von Hautproblemen hin zur Wellness- und Erlebnisbehandlung, ob durch Tiefenentspannung, Muntermacher oder Stresskiller. Die Wünsche und Erwartungen der Kunden sind vielschichtiger und anspruchsvoller geworden. Jean-Razelle bietet Wohlfühlprogramme in unerreichter Vielfalt. Der Trend liegt in Behandlungen mit asiatischen Wurzeln, übertragen in westliche Gefühls- und Duftwelten. Fernöstliche Massagen helfen, das Gleichgewicht des Energiehaushaltes wiederherzustellen und körpereigene Heilkräfte wieder in Gang zu setzen. Bei Stress total entspannen oder Energiespenden, wenn man ausgepowert ist, denn Hautkontakt ist gerade in der heutigen anonymen Welt etwas ganz Besonderes. Matthias